Drängen wir zur Plattform über uns vor. Spurt es aus! Schönen Tramp auf! Was denn? Fass euch kurz! Das Vermittglieder des Rats verbindete! Die Zeit der Beschwerung ist gekommen! Im Künstlichen Blutstein wird ihr euer Ende finden! Ihr habt es geschafft! Die Schwestern und Haaren eurer Mufzerkolasch und Alites werden sich als mächtige Werkzeuge für unseren Orden erweisen! Was gibt das? Was ist das? Vielen Dank.